Guten Morgen vom Wolfsgrund. Schaut mal. Unsere Katzis gehen raus. Die Kleinen werden Flüge und die Wand hat es einfach nicht mehr ausgehalten, weil es drinnen so nervig war und hat es halt rausgelassen. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Es war ein pädagogischer Rausschmeld. Pädagogisch wertlos, diese Frau. Jetzt wird die ganz große Welt erkundet. Hin. Ja, das war's. Furt ist er. Die Kerne. Sie sind gerade da. Sie sind gerade da. Sie sind Bruder. Aber man merkt, Sie sind ein Team. Das Einzige ist, kann man irgendwer sagen, sind Katzen kurzsichtig? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber jedes Mal, wenn sie weit auseinander sind, müssen sie sich dann wieder annähern und stellen den Schwanz auf. Als ob das irgendein Fremder wäre. Tchup, 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 tchup. Sie sind jetzt herumgeblüten. Aber, meine Lieben. Meine lieben Leute. Das heißt für euch ab heute, wenn ihr mit dem Auto kommt, müsst ihr bitte vorsichtig sein, wenn ihr auf den Hof zufahrt. Weil, wer auch immer meinen Katzen leid antut, hat keine besonders guten Karten mehr bei mir. Seid vorsichtig, wenn ihr kommt. Speziell, wenn ihr mit dem Auto kommt. Und denkt daran, hier laufen Katzen rum. Und denkt daran, es sind Sam und Dean. Also, dann habt ihr es bei mir auch nicht gut. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Und wir gehen jetzt weiterarbeiten. Bis die Tage.